Für Scheiße reden hatte ich noch nie genug Zeit. Frau? Ah, ah, Business, Mensch. Kinder vielleicht? Nerven, kreischende, stinkende, furzende Pampersbomben? Du wirst heißer als heiß. Du wirst eine aufrechte Sitzposition brauchen. Hey, ich bin noch zu jung. Die Jugend hat dich vom Töten nicht abgehalten. Hey, ich hab einen Rabatt verdient. Woolworth ist pleite. Kann ich betteln? Stirb gefälligst aufrecht. Ey, Mann, ein paar Tage in Vegas sind doch drin. Du hast so viele Quizschuss gesehen, die sind auch pleite. Kommt jetzt für immer. Wir haben auf unserem Ausweis, haben wir unser Infektionsalter stehen. 15 Jahre? Was hast du so die letzten Jahre getrieben? Ach komm, ist doch uninteressant. Nee, erzähl doch. Ja, das kann aber daran. Du, ich muss noch ein paar Besorgungen erledigen. Aber danach. Hast du Lust auf Rommee? Ja? Ja. Ja. Das war ich. Ja. Wie. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020